Habt ihr euch beim Schreiben einer Hausarbeit auch schon mal gefragt, wie ihr euren Text ohne viel Aufwand einheitlicher gestalten könnt? Und wie ihr ein automatisches Inhaltsverzeichnis erzeugt? Wir zeigen euch, wie ihr das und mehr mit sogenannten Formatvorlagen umsetzen könnt. In vielen gängigen Textverarbeitungsprogrammen können Formatvorlagen erstellt und angepasst werden. Wir zeigen es hier am Beispiel von Microsoft Word 2016. In anderen Versionen oder Programmen wird das zwar etwas anders aussehen, das Prinzip ist aber gleich. Formatvorlagen bündeln mehrere Formatierungen, wie zum Beispiel Schriftgröße, Farbe und Fettdruck und sorgen für ein einheitliches Aussehen. Formatvorlagen können sehr einfach zugewiesen und verändert werden, sodass ihr sehr viel Zeit spart, wenn ihr sie anstelle von der scheinbar simplen Formatierung in der Symbolleiste verwendet. Die gebräuchlichsten Vorlagen beziehen sich auf ganze Absätze. Es gibt aber auch solche für Zeichen, Listen oder Tabellen. Wenn ihr Überschriften und Unterüberschriften mit Formatvorlagen ausgezeichnet habt, könnt ihr mit wenigen Klicks ein Inhaltsverzeichnis einfügen. Auch das Navigieren innerhalb des Dokumentes wird dadurch erleichtert. Ihr könnt nun den Navigationsbereich über das Menü Ansicht einblenden und jetzt schnell im Dokument an die gewünschte Stelle springen. Oft gibt es seitens der Fachbereiche oder euren Dozentinnen und Dozenten festgelegte Richtlinien, wie eine Haus-, Seminar- oder Bachelorarbeit formatiert werden soll. Wenn ihr diese Vorgaben gleich mit Formatvorlagen umsetzt, spart ihr euch eine Menge Zeit am Ende, wenn die Zeit bis zur Abgabe sowieso meist knapp wird. In Word stehen gebräuchliche Formatvorlagen über die Schnellauswahl zur Verfügung. Weitere Formatvorlagen lassen sich in einem Untermenü auswählen. Mittels Rechtsklick auf einer Formatvorlage kann diese angepasst werden. Schriftart, Schriftgröße und Farbe lassen sich ganz einfach verändern. Die Nummerierung der Überschriften wird häufig gewünscht, ist jedoch nicht sehr intuitiv. Wenn ihr aus der Listenbibliothek die passende auswählt, wirkt sich das auf alle mit Formatvorlagen versehenen Überschriften aus. Falls ihr Kategorien im Literaturverwaltungsprogramm Citavi nutzt, könnt ihr diese einfach zu Word exportieren. So erhaltet ihr nicht nur eine saubere Gliederung, sondern auch gleich passende mit Formatvorlagen versehene Überschriften. Das Inhaltsverzeichnis ist auf diese Weise auch wieder schnell erzeugt. Falls euch die Formatierung nicht gefällt, markiert eine der Kapitelüberschriften und ändert die Formatvorlage wie vorhin gezeigt einfach ab. Ihr wisst nun, wie ihr Formatvorlagen nutzen könnt, um Texte einheitlich zu gestalten und an eure Vorgaben anzupassen. Wir fassen kurz zusammen. Formatvorlagen dienen der einheitlichen Textgestaltung. Sind leicht anpassbar. Erleichtern das Erstellen eines Inhaltsverzeichnisses. Citavi-Kategorien sind eine gute Basis für saubere Formatvorlagen in Word. Weitere Informationen zur Schreibberatung und anderen Themen findet ihr auf unserer Homepage, auf unserem YouTube-Kanal und in der Videobeschreibung. Erdbeere Informationen über Ihre Parece Wieze